Hallo meine Freunde, ja heute bin ich wieder mal oder hab wieder mal Lust, mal ein bisschen was hier in Minecraft zu machen und wir sind ja mittlerweile bei der Version 1.5 und ich weiß gar nicht was es da Neues gibt und und und, ich weiß nur, dass hier unsere Schafe sind, dass wir ja eigentlich erst gemacht haben und ich seit Weihnachten nicht mehr, ja, Minecraft Serie gemacht habe. Hier unten haben wir die Monsterfalle, die was natürlich nichts wurde, da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, wie oder was wir da machen wollen, ja was haben wir sonst noch, hier unten ist ja unser Untergrund, da, ja, da, ja, genau, da wo wir unsere Farmecke hatten, dann haben wir hier Gemüse und, genau, das können wir eigentlich gleich mal ernten, ja, gut, dann machen wir hier mal, Hopp, 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 hop auch in Zukunft so genau das wird dann noch zusätzlich Felder haben und wir müssen noch richtige Felder anlegen. Was haben wir jetzt da drin? Ok da kommen wir jetzt mal ein Kartoffeln drin und natürlich Karotten. Jo zusammen ist drin. Werkzeug habe ich noch. Ja was sollten wir eigentlich als nächstes jetzt machen? Oder was wollten wir machen? Wir haben essen und soviel ich weiß haben wir uns Lager angelegt. Ja genau. Ja stimmt. Ja und ich habe mir ja etwas überlegt aber dazu mache ich dann ein eigenes Let's Play. So aber ich muss jetzt erstmal wieder schauen weil es ist eine neue Version da und der Surfer muss drauf abgestimmt werden. Denn ich möchte mit euch zusammen einen Surfer machen. Und zwar ich habe einen Surfer gebaut. Also ich habe einen Surfer gebaut. Aufgesetzt und jetzt ist natürlich die neue Version draußen. Da muss ich erst schauen wie das Ganze funktioniert. Und dann wollen wir mit diesem Surfer ist eigentlich der Plan. Ja sagt es mir. Ich möchte große Projekte bauen. Also richtig Großraumprojekte. So auf dem Surfer wird dann hier nicht so kleine Hütten wie jetzt hier gebaut. sondern da geht es dann darum richtige riesen Projekte zu bauen. Wer Interesse hat kann sich jetzt schon mal bei mir bewerben. Und dann kann man natürlich schauen was wir da anfangen und wann wir da loslegen. Und ja Alter sollte sein. Ja normalerweise sage ich immer ab 16 mal hat man eine geistige Reife. Oder man bekommt da schon langsam eine geistige Reife. Aber wenn du jetzt 12 bist und du gut gut hören kannst und nicht nur Dummheiten machst. Sondern wirklich sagst okay das hört sich cool an. Ich möchte jetzt auch kurz ein Teil nehmen. Dann kannst du dich auch bewerben. So. Das Ganze wird dann aufgezeichnet und online gestellt. Ja jetzt müssen wir natürlich mal schauen was braucht man. Was wollen wir. Was soll man jetzt als nächstes machen hier. Ich weiß gar nicht. Wir haben da hinten glaube ich irgendwo unsere Anglerhütte. Mal schauen. Ah genau da ist die Anglerhütte. Wir haben ein paar Schweine. Und das haben wir da drüben jetzt noch. Da ist dann die Höhle wo man rauskommt ins nächste Gebiet. Ja was soll ich. Was wollen wir machen. Was wollen wir bauen. Ich würde sagen wir müssten jetzt eigentlich erstmal schauen dass wir unsere Felder ein bisschen größer kriegen. Dass wir mehr Felder kriegen. Dass wir. Ja Felder bekommen für jede Pflanze extra. Genau dass wir hier bei Weizen bleiben. Das ist eigentlich schon fertig das Weizen. Ja ist fertig okay. Kann man das ja auch gleich unterhauen. Oh Scheiße. Gut. So. Dann nehmen wir natürlich auch gleich wieder Samen. Dann nehmen wir die Stoffel weg. So. Hopp. Äh Samen. Dumm 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 dumm. Und? Dumm 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 dumm. Dumm. Dumm 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 dum so gut dann haben wir jetzt alles gut und die sonne geht unter so das hier das und das reizen kommt rein so was haben wir denn alles drin? eigentlich nichts gut mal was essen jo gut so da frage ich mich auch mal hinzupeinen so weil wir jetzt mit der monsterfalle müssen wir wieder dicht machen und das ist gar nichts das ist irgendwie bescheuert also mal gucken machen wir das nächste mal ok obwohl das machen wir eigentlich gleich die hat halt nicht so funktioniert wie ich gern hätte so dann hat auch das plätzchen auf da wird jetzt sogar angezeigt steinschaufel ok und kann das auch sein dass da jetzt mit der auflösen oder meine ich das nur so 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 Ja, ich weiß halt, irgendwie... Ja, geht schon, aber... Ich weiß nicht, irgendwie stimmt das aber dennoch nicht. Mal noch mal schauen. Optionen, Texturpaket... Nochmal... Grafikpaket... Oder Texturpaket... So, dann schauen wir mal... Zurück zum Spiel... Nein, geht gar nichts... Da ändert sich ja gar nichts... Komisch, komisch... Naja, also die Items bleiben alle gleich und sonst... Naja, dann lassen wir das ganz normale... Muss ich eh schauen, dass ich dann vielleicht die neueren kriege... Öp... Öp... Nur zu lang... Jetzt da... Ja, gut, dann wie gesagt, das war's jetzt erst noch für heute... Und... Was haben wir da jetzt... Hallo, hallo... Nicht zu dunkel... Schauen wir gleich... Ähm... 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 Oder soll ich den Balkon wieder wegmachen? Ich weiß nicht... Naja, gut... Also ich würde mich auf alle freuen, wenn ihr wirklich mehr sehen wollt... Dann lasst es mich wissen... Und ansonsten... Ja... Stampfe ich Minecraft halt einfach nur, was ich's will... Und... Lade die Teile hoch... Aber wenn ihr mehr wollt, dann sagt es mir einfach... Gut, bis zum nächsten Mal... Und bitte liken, abonnieren und so weiter nicht vergessen... Bis dann, ciao... Und...